Dieses Mal beim Ketzer-Podcast Willkommen zum zweiten Teil unseres Ketzer-Spezials mit Andreas Beyer. Andreas Beyer ist promovierter Diplom-Biologe und Professor für molekulare Biologie an der Westfälischen Fachhochschule Recklinghausen und Vorsitzender der AG EvoBio. Die AG EvoBio ist eine gemeinnützige und wissenschaftliche Vereinigung zur Aufklärung über die Evolution, gerade auch gegenüber religiösen Ideologien wie zum Beispiel Kreationismus oder anderen Spinnereien. Und die Webseite mit vielen interessanten Artikeln, Videos und auch Podcasts findet man unter ag-evolutionsbiologie.de. Im ersten Teil haben wir uns mit Herrn Professor Beyer über die Tricks und Machenschaften aus der kreationistischen Ecke unterhalten. Dort versucht man, die Evolutionslehre zu widerlegen oder zumindest malig zu machen. Und wer diese Folge verpasst hat, der sollte sie unbedingt noch anhören. Das ist eine sehr interessante Folge, gerade auch in Bezug auf die Corona-Pandemie, was uns ja alle angeht und interessiert. Aber in dieser zweiten Folge gehen wir weg vom Thema Evolution und richten unser Augenmerk auf Herrn Professor Beyer selbst. Er ist nämlich gläubig. Für uns Ketzer ist das natürlich erklärungsbedürftig. Wieso ist ein Wissenschaftler gläubig? Das haben wir ja bei Harald Lesch schon öfter diskutiert und dessen Argumente konnten uns bisher nicht überzeugen. Also, Andreas, warum bist du überhaupt gläubig? Kannst du das in kurzen Worten beschreiben? Was genau glaubst du und warum? Ich will es mal von hinten um aufzäumen. Ich gebe nicht zu, dass Gott nicht beweisbar ist. Ich gestehe nicht, dass Gott nicht beweisbar ist, sondern ich bestehe darauf. Es ist also ein Teil meines Glaubens und Weltbildes, dass die Person Gottes rational im Sinne von wissenschaftlich rational nicht erschließbar ist. Ich will es mal so sagen, ich vermute mal, wenn ihr ein Wunder erleben müsstet, dann würde bei euch eine Welt zusammenbrechen. Bei mir würden zwei zusammenbrechen. Wenn du jetzt in einer anderen Kultur aufgewachsen worden wärst, zum Beispiel Pakistan, und du würdest auch von Kindeswein, würdest du quasi nur Islam, Islam, Islam hören und du würdest gar keine Christen, Juden oder Atheisten kennen, dann wärst du Moslem geworden. Tja, die Frage ist natürlich berechtigt. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich irgendwo in einem kleinen Dorf in Pakistan oder Saudi-Arabien geboren wäre, dann wäre ich selbstverständlich Moslem. Allerdings gehe ich mal davon aus, dass ihr dann auch keine Atheisten wärt. Das heißt, diese Frage eignet sich nicht wirklich, um Zwischenweltanschauungen zu unterscheiden. Wenn wir hier vernünftig darüber reden wollen, im Sinne von erschöpfend darüber reden wollen, müsste man eigentlich erstmal für Begriffsklarheit sorgen. Ich habe eine Veranstaltung Evolutions- und Wissenschaftstheorie für die fortgeschrittenen Studis, da reden wir auch darüber, was Wahrheit ist. Und der Begriff der Wahrheit ist sehr vielschichtig. In der Mathematik kann ich Dinge positiv beweisen. In den empirischen Wissenschaften geht das nicht, da kann ich es nur bestätigen. So, und wenn ich jetzt beispielsweise über bestimmte Dinge rede, wie ich fühle mich schlecht oder ich finde das nicht toll, dann ist das natürlich von meiner Seite aus wahr. Das heißt also, ich kann schon mal sagen, irgendetwas, eine Vorstellung ist meine Wahrheit. Und damit fordere ich von jedem ein, dass er das bei mir akzeptiert, nicht nur toleriert, sondern akzeptiert und respektiert. Und umgekehrt muss ich dann dasselbe tun. Das ist das Erste. Und das andere ist, wenn es einen Schöpfer gibt, das ist jetzt eine rein logische Erwägung, wenn es einen Schöpfer gibt, der für diese Welt verantwortlich ist, dann unterliegt er dieser Welt nicht und auch nicht der Logik dieser Welt. Das heißt, es wird prinzipiell nicht möglich sein, ihn irgendwie mit logischen Kategorien zu erfassen. Und entweder ich vertraue dann darauf, dass mir mein Gefühl irgendetwas darüber sagt oder ich tue das nicht. Und beispielsweise über die Frage, was denn jetzt nun wahr ist oder wirklich wahr ist, Islam oder Christentum oder womöglich beides, da werde ich als, ich hoffe, in diesem Punkt weiser Mensch ganz laut meinen Mund halten. Du hast jetzt Logik verwendet. Ich kenne Logik in einem mathematischen Kontext und du sagst, es gibt jetzt verschiedene Logiken, nämlich eine Logik, die quasi in der Realität verankert ist und eine Logik, die unabhängig ist von der Realität. Es gibt verschiedene Logiker auf der Welt, die würden mehr darüber erfahren wollen. Denn eigentlich ist Logik ja so gegeben, dass es eine axiomatische Grundlage gibt und man aus diesen axiomatischen Grundlagen bestimmte Folgerungen schließen kann. Zudem, Logik einem nicht etwas sagt über die Existenz von etwas. Denn Existenz, ob es etwas gibt oder nicht, ist eine physikalische Angelegenheit. Ich kann innerweltlich logisch argumentieren. Wir wissen alle, Mathematik, Logik, virtuelle Realität, das ist ein geschlossenes Universum in sich. Da kann ich Beweise führen. Und ich kann offensichtlich in der Realität, kann ich Fakten, kann ich Daten sammeln und kann mit denen logisch umgehen. So, meine Argumentation ist die, und diese Argumentation an sich ist logisch. Wenn man von dem, ich sag jetzt meinetwegen, der Hypothese, dem Axiom oder der Vorstellung ausgeht, dass es einen Schöpfer gibt, dann kann man sehr plausibel argumentieren, dass A, dieser Schöpfer, keinen Gesetzen unterliegt, die wir kennen oder über die wir überhaupt irgendetwas sagen können und dass wir deswegen eigentlich überhaupt keine vernünftige Aussage übermachen können. Genauso wenig, wie wir eine vernünftige Aussage darüber machen können, wo diese Welt ihren Urgrund hat und wo die Gesetze und wo die Naturkonstanten dieses Universums herkommen. Man kommt immer irgendwie in einen unendlichen Regress. Man kann immer fragen, warum ist das denn jetzt so? Und nochmal, Gott löst dieses Problem genauso wenig. Also muss man sich irgendwie persönlich dazu stellen. Und meine Stellung dazu ist, ich bin Christ, allerdings werde ich niemals einem Andersgläubigen aus irgendwelchen Gründen von vornherein sagen, ich glaube richtig, du glaubst falsch. Das wäre übergriffig. Für mich hört sich das so an, es gibt das, was einen Einfluss hat auf dieses Universum. Ob es erzeugt worden ist oder bla bla bla. Die Vorstellung, dass wir deswegen prinzipiell keine Aussagen darüber treffen können, ist sozusagen eine Kapitulationsfahne, die wir hessen würden. Ich meine, ich sage ja nicht, dass ich alles weiß. Und das ist ja Teil der Wissenschaft, dass man nicht alles weiß. Und was jetzt aus dieser Aussage herausklingt ist, da gibt es Sachen, die werden wir nie wissen. Eine wichtige Prämisse bei dir ist ja, dass der Schöpfer nicht den Zwängen oder den Gesetzen der Welt unterliegt. Weil, und das ist jetzt meine Erklärung, warum du dazu kommst, wenn er etwas kann, was völlig außerhalb unserer Möglichkeiten liegt, dann muss er also in einem Bereich liegen, der für uns unverständlich ist. Ist das erstmal richtig, ungefähr richtig wiedergegeben? Ungefähr auf jeden Fall richtig. Der Punkt ist, der Schöpfer kann Dinge, die wir nicht können und die wir uns nicht erklären können, zum Beispiel die Welt schaffen. Was wäre, wenn wir darauf kommen, dass wir das doch können? Was ist, wenn wir das weiter verfolgen mit den Quantenfluktuationen, wo plötzlich ein Universum aus dem Nichts entstehen kann? Vielleicht können Menschen das irgendwann auslösen. Und dann bricht doch deine ganze Prämisse sehr einfach zusammen. Und es gibt diesen weiteren Bereich, der uns geheimnisvoll ist und so, den gibt es vielleicht einfach gar nicht. Erstens, natürlich kenne ich auch diese Ideen, dass das Weltall durch einen Quantensprung aus einem Quantenkontinuum entstanden ist. Jetzt ist erstmal die Frage, wo kommt dieses Quantenkontinuum her und wo kommen die Gesetze her, die das erlauben? Außerdem bin ich mir ganz sicher, wenn ich mit meinen Quanten im Quark rumspringe, dann hoppt da kein Universum raus. Aber nochmal, es ist ein Unterschied, ob man argumentiert, das wissen wir nicht. Und das tun ja nun alle Verschwörungstheoretiker, Pseudowissenschaftler, Kreationisten und wie sie alle da sind. Also muss das irgendwie einen anderen Grund haben. Oder ob man sagt, wir haben hier ein prinzipielles Problem, das haben wir. Man kann sich drehen und wenden, wie man will. Diese Welt ist ontologisch unterbestimmt. Der Punkt ist nur, und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, daraus folgt erstmal nichts. Das Einzige, was daraus folgt, ist, dass wir an einen Urgrund nie kommen werden. Und wenn wir jetzt in der Lage wären, einen solchen Urknall irgendwo anders auszulösen, was würde das denn bitte sagen über den Urknall, aus dem unsere Welt entstanden ist? Gar nichts. Und außerdem würden in diesem Urknall, wären ja auch die Naturgesetze und Konstanten präsent, das löst das Problem nicht. Also selbst wenn ihr jetzt mit irgendwelchen Multiversen und vielen Welten und ich weiß nicht, was kommt, das verschiebt die Erklärung immer nur eine Ebene nach hinten, dann könnt ihr irgendwann sagen, ja, das ist halt eben so und dann irgendwo ist halt eben mal Schluss. Und dem Theologen sage ich das Gleiche. Das ist ja schön, wenn du mit deinem Gott als Beweis kommst, als logischen Beweis für den Grund dieser Welt, dann sag mir doch bitte mal, wer Gott erschaffen hat. Und dann kommt er mit so einer Parabel, naja, das ist halt eben wie ein Ring. Ein Ring hat auch kein Anfangende. Dann sage ich dem auch, du verschiebst das Ganze nur um eine Ebene nach hinten. Und da muss sich jeder Mensch irgendwie positionieren und ihr tut das so, ich tue es anders. Gibt es irgendetwas, was ich davon überzeugen würde, dass deine Religion oder dein Glaube falsch ist? In der Wissenschaft oder eigentlich auch als Mensch sollte man immer sich in der Position sehen, dass man das, was man denkt oder glaubt oder meint, auch revidieren können muss. Ja, selbstverständlich. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was das ist, denn der Punkt ist, ich glaube halt eben nicht an sowas wie Gebetserhöhung, ja. Und ich glaube nicht an sowas wie Wunder, die geschehen dementsprechend. Das ist der Grund, warum ich sagte, wenn ich ein Wunder erleben müsste, dann würden bei mir zwei Welten zusammenbrechen. Denn das wäre auch nicht vereinbar mit dem Gottesbild, was ich habe. Also das einerseits, wenn es einen Gott gibt, dann können wir uns den so denken, dass er hier den gesetzten Erlogen nicht unterliegt. Aber gleichzeitig sagst du auch, dass man eigentlich gar nichts darüber sagen kann. Müsste man nicht trotzdem dann sich auf die Position stehen? Ich kann da nichts drüber sagen. Also eigentlich rennst du bei mir auf den Türen ein. Ich werde mir eher die Zunge abbeißen, bevor ich mich irgendwo hinstelle und missionarisch tätig werde. Wenn ich missioniere, dann missioniere ich für demokratische, humanistische und humane Grundwerte und für nichts anderes. Und was ich übrigens auch immer ganz bemerkenswert finde, dass ich immer wieder gegenüber sowohl Evangelikal-Fundamentalisten als auch gegenüber Atheisten mich immer wieder genötigt sehe, meinen Glauben zu verteidigen oder meine Weltsicht. Und ich selber käme nie auf die Idee, nie auf die Idee, euch zu fragen, ja um Gottes Willen, warum seid ihr denn Atheisten? Und ich komme auch nicht auf die Idee zu fragen, mein Gott, warum bist du denn Moslem oder warum bist du denn Evangelikal? Ist halt eben so. Und Andreas, ich könnte dir darauf eine kurze, knappe, verständliche Antwort geben, ohne die ganzen Winkelzüge und Vorbemerkungen und so weiter. Und die Tatsache, dass sich die Christen, zumindest nach meiner Idee, auch langsam rechtfertigen müssen, liegt einfach daran, dass sie sehr viel Leid verursacht haben und noch verursachen und es nicht bemerken und bemerken wollen. Aber da habe ich keine Hemmungen, wirklich auch meinen Standpunkt zu vertreten und vielleicht auch im freundlichen Umfang auch missionarisch zu werden, denn dadurch wird die Welt besser. Zeigt mir die Weltanschauung, die nicht ein großes Ausmaß an Leid verursacht haben. Humanismus. Also ein Stalin und ein Mao haben auch behauptet, dass sie auf der einzigen Weltanschauung beruhen, die tatsächlich wissenschaftlich erwiesen sei. Humanismus. Ja, da bin ich deiner Meinung. Der Punkt ist nur, Humanismus ist auf einer gewissen Art auch weltanschaulich neutral. Ich kann als Atheist, als Agnostiker, als Christ, als Muslim, kann ich Humanist sein. Ich sehe Humanismus als Weltanschauung. Es geht mir darum, dass es a. ganz, ganz schwierig ist, einer bestimmten Weltanschauung diese Verbrechen vorzurechnen. Übrigens, wenn ich sage, ich bin Christ, muss ich mich auch mit Conquista und mit Hexenverfolgung identifizieren. Wenn ich Deutscher bin, muss ich mich mit dem Nationalsozialismus als Teil meiner Geschichte identifizieren. Wenn ich eine bestimmte Weltanschauung vertrete, muss ich auch wissen, wofür sie missbraucht worden ist und wofür sie missbraucht werden kann. Ich schlage die Bibel auf, auch das Neue Testament und sehe da eigentlich nicht viel Gutes. Wenn man mal zum Beispiel als Vergleich die Menschenrechte mal daneben legt und mal so abhakt, was denn in der Bibel vorkommt und was dort bestritten wird. Ich sage es noch einmal, Menschen, Bürgerrechte, Humanismus, Humanität ist die einzige Weltanschauung, die für mich nicht diskutabel ist und worüber wir nicht diskutieren und die wir nicht zur Diskussion stellen. Warum wir das tun, kann man auch nochmal drüber reden, würde das Ganze hier komplett sprengen. Es gibt gute Argumente dafür. Aber welche Religion ist denn absolutistischer als das Christentum? Du sollst keine Götter neben mir haben, keiner kommt zum Herrn außer durch mich, alle sollen ins Feuer geworfen werden, die nicht glauben. Markus 16, 16. Wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet, wer aber nicht glaubt, der wird ins Feuer geworfen und so weiter. Also noch krasser. Ihr macht jetzt schon was Geschicktes, ihr macht jetzt eigentlich nichts anderes als das, was die Kreationisten auch tun. Ihr pickt euch das raus, was euch gerade gefällt und ignoriert den Rest. Und selbstverständlich sind alle Aussagen, die in der Bibel stehen, so wie in jedem anderen historischen Schriftstück auch, erwachsen in einem bestimmten soziopolitischen Kontext. Jetzt kann man natürlich auch den Vorwurf erheben, naja, dann pickst du dir das raus, was dir gerade gefällt. Ja, fast. Ich picke mir das raus oder ich akzeptiere das, was mich überzeugt. Und ich muss eine Welt anschauen, muss ich immer selber interpretieren. Und deswegen kann ich nicht sagen, in Markus XY steht aber das und das. Ja, schön, steht da. Ja, dann sag mir doch mal, wie du jetzt diesen Punkt für dich interpretierst. Es ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, wenn wir uns eingestehen, dass Menschen und Bürgerrechte und Humanität und Humanismus eine Erfindung der Neuzeit sind. Das hat es in der Vergangenheit nicht gegeben. Ich bin halt eben nicht nur Christ, ich bin Christ und Humanist oder Humanist und Christ. Abhängig davon, wenn ich anderen Menschen gegenüber trete, bin ich erstmal Humanist und nicht Christ. Warum? Weil Humanismus und Humanität uns alle verbindet, egal wer oder was wir sind. So, und dann bin ich außerdem für mich ganz wichtig Christ und meinetwegen ein Kollege ist Moslem oder ist Atheist oder ist Agnostiker. Aber miteinander reden können wir vernünftig umgehen und menschenwürdig umgehen können wir eigentlich nur auf der Ebene des Humanismus. Für mich besteht halt eben meine Aufgabe darin, mein Glaubensbild, jetzt egal, selbst wenn ich eines Tages Atheist werden sollte oder Moslem werden, keine Ahnung. Rein hypothetisch besteht für mich immer die Aufgabe darin, das übereinander zu bringen. Ich habe nicht so verstanden, dass du letztlich sagst, du pickst dir das aus der Bibel raus, das dich überzeugt. Okay, aber müsste man nicht irgendwann sagen, in der Bibel ist auch sehr viel, was halt nicht überzeugt. Also aus meiner Sicht fast alles. Der ganze Tenor der Bibel ist, Gott ist ein Psychopath, der eifersüchtig ist, was Jörn sagte, du darfst keine anderen Götter neben mir haben. Gut ist im Grunde im Alten Testament, was dem Volk Israel nützt. Das ist pervers. Und da meine ich, wenn da jetzt irgendwo drinsteht, liebe deinen Nächsten, das macht das nicht weg. Und du hast, glaube ich, vorhin gesagt, das ist mir auch noch in Erinnerung, wir würden praktisch, und man sollte nicht jetzt die Maßstäbe von heute auf die Bibel oder auf die Autoren der Bibel oder was anlehnen. Wenn die Bibel als historischer Text behandelt würde, dann würden wir das ja nicht machen. Die Bibel ist ja jetzt nicht irgendein altes Gesetzbuch, wo sich da mal was geändert hat, sondern die Vorstellung ist, das ist das immerwährende Wort Gottes. Das ist ja auch weshalb die katholische Kirche so langsam ist, sich anzupassen, weil die ja denken, ja, das ist so, das kann man nicht ändern. Für mich ist das A und O Menschen- und Bürgerrechte und alles andere kommt danach. Dass man dann eine solche Schrift oder überhaupt alles, was früher passiert ist und heute leider eben auch noch passiert, auch im historischen sozialen Kontext beurteilen muss, steht auf dem anderen Blatt. Ob diese Beurteilung dann gleichzeitig eine Entschuldigung ist, ist ja nochmal eine andere Frage. Und bitte tut doch nicht so. Und ich ärgere mich immer wieder darüber. Ja, die Bibel ist Wort Gottes, also ist alles, was da drin steht, wahr. Leute, so argumentieren auch Kreationisten. Was ich von guten Philosophen und Theologen gelernt habe, ist erstmal für Begriffsklarheit zu sorgen. Was heißt denn Wort Gottes? Heißt das, dass da irgendetwas drin steht, was für uns wichtig ist und was uns eigentlich weiterbringen soll? Oder heißt das, dass Wort für Wort von Gott irgendwie überliefert ist und deswegen Wort für Wort einzuhalten ist? Das sind zwei ganz getrennte Paar Stiefel. Also Wort Gottes heißt Wort Gottes. Tun wir mal nicht so, als gäbe es da irgendeinen Zweifel, was das bedeuten soll. Wort Gottes heißt Wort Gottes. Und damit seid ihr in diesem Punkt für mich genauso ein Feindbild wie Kreationisten. Punkt. Wir geben ja aus unserem Verständnis nur das Selbstverständnis der Bibel wieder. Und wenn dann Theologen 500 Jahre lang versucht haben, rumzulabern, um das Ganze aufzuweichen und aus Schwarz-Weiß zu machen, genauso würde man doch jetzt nicht versuchen, nehmen wir mal in so ein Nazi-Buch, das jetzt irgendwie schön zu reden und zu sagen, dass, ich sage jetzt nicht, dass du das machst, aber als Beispiel. Die Nazis dienen ja immer gut, weil jeder einig ist, die sind scheiße. Und da würde jetzt auch keiner sagen, wenn wir jetzt noch 500 Jahre warten, dass der Mein Kampf oder sonst was, was die fabriziert haben, da picken wir uns jetzt das raus, was wir gut finden. Ich finde es immer echt witzig, wenn Atheisten mich darüber belehren wollen, was ich zu glauben habe oder nicht. Es tut mir leid, aber dazu habt ihr nicht die Kompetenz. Übrigens genauso wenig wie Kreationisten und Evangelikale. Ich denke, wir wollen dir nicht vorschreiben, was du zu glauben hast, sondern wir führen eine Diskussion, wir sprechen hier über das Christentum und dann fragen wir oder wir versuchen so einzugrenzen, was kann man vernünftigerweise jetzt unter Christentum fassen und die Bibel spielt da sicher eine große Rolle und wie überzeugend ist sie jetzt jetzt, was in der Bibel drinsteht, so auszulegen oder so auszulegen. Und wir meinen halt, dass die überzeugendste Aussehung der Bibel, dass sie so gemeint ist, wie das, was da drinsteht. Ist ja schön, wenn die Theologen das heute dann nicht mehr sagen, aber irgendwann sind diese Aussehungsversuche halt nicht mehr überzeugend. Wenn drinsteht, du sollst jemanden, der homosexuellen Sex hat, steinigen, dann steht das nun mal klar da drin und ist schön, wenn man das heute nicht mehr macht, aber dann sollte man meines Erachtens gleich das ganze Buch verwerfen und aus meiner Sicht wäre das ein starkes Indiz, sich nicht als Christ oder Jude oder Moslem zu bezeichnen. In eurem Textverständnis seid ihr euch wirklich mit Evangelikalen, mit Kreationisten vollständig einig, ja, das ist so. Ein wichtiger Punkt, der immer wieder untergeht, du hast noch ein wichtiges Stichwort gesagt, Auslegung. Jede weltanschauliche Schrift ist auslegungspflichtig, ja, es ist nicht möglich, sondern pflichtig. Denn nochmal, jede Weltanschauung greift immer nur in einem bestimmten soziopolitischen Kontext. Andreas, hilf mir doch mal kurz mit deinem Begriff von Weltanschauung, weil du ja gerade darüber erzählen willst, kannst du das noch einarbeiten. Ist denn die Bibel überhaupt ein weltanschaulicher Text? Wird da eine Weltanschauung beschrieben? Weil eigentlich ist es doch nur ein Sack voller Lügen, wenn es um Fakten geht. Und dort, wo es nicht um Fakten geht, sind es einfach die Sätzestexte. Das fünfte Buch Mose besteht fast nur aus Gesetzen, Jesus sagt nur, du sollst dies, du sollst jenes und so weiter. Das ist doch kein weltanschaulicher Text. Ich verstehe diesen Ausgangspunkt deiner Aussage gar nicht. Ich würde noch nachschieben, damit du es dann in einem Gang erklären kannst. Du hast gesagt, ein weltanschaulicher Text ist immer auslegungspflichtig. Das würde ich schon bestreiten. Warum muss ein weltanschaulicher Text ausgelegt werden? Er wird doch nur von den Leuten ausgelegt, die irgendwie diesem Text eine besondere Bedeutung zuschreiben. Das kann ich machen, aber warum entscheide ich mich dann für so einen Text wie die Bibel? Wenn wir bei einem solchen weltanschaulichen Bild sind, und jetzt rede ich von Ontologie, Metaphysik im weiteren Sinne des Wortes, dann kann ich mich nicht mehr auf empirische Wissenschaft stützen. Das heißt, wir haben offensichtlich keine empirisch belastbaren Daten, die irgendwie für Götter, Geister oder eben auch dagegen sprechen. Wir haben also weder die Möglichkeit, Gottes Existenz nachzuweisen, noch zu widerlegen. Das Einzige, was wir können, wir können offensichtlich nachweisen, dass wenn es Gott gibt oder Geister oder Kobolde, dass die ihre Finger offensichtlich aus dem Lauf dieser Welt rauslassen. Das ist alles. Aber warum reden wir dann von der Bibel, wenn du von einem Gott ausgehst, die Finger von der Welt lässt oder so ähnlich? Weil ich A, daran glaube, dass Gott die Welt erschaffen hat und B, daran glaube, dass jetzt werdet ihr explodieren, da können wieder tausend Sachen, die ich nicht beantworten kann oder nicht will, weil ich glaube, dass Gott in Jesu Person den Menschen begegnet. So, was auch immer das heißt, das ist für mich nichts, was ich irgendwie auslegen will im Sinne einer Ist-Aussage oder einer Aussage von das funktioniert so und so oder Jesus hat sein Y-Chromosom da und daher. Das ist alles Killefit, das ist alles Unsinn. Für mich ist die Frage, wenn ich davon ausgehe, dass Jesus eine Person gewesen ist, in der Gott den Menschen begegnet, was kann ich damit anfangen und wie bringt mich das weiter? Und das ist alles. Und das sind sehr persönliche Dinge. Nochmal, mir fehlt da auch jeder Willen, irgendwie missionarisch tätig werden zu wollen. Ich glaube, dir fehlt der Wille, wirklich konkret, dir auch für dich selber konkret zu sagen, was es bedeutet. Was heißt das, Gott in Jesus zu begegnen? Das würde ich gerne wissen. Also wir sind ja freundlich, wir wollen es ja wissen. Und ich bin dir auch dankbar dafür, weil ich das sehr interessant finde und du bist auch sehr tapfer. Du hast ja hier drei Gegner, das ist nicht einfach. Ja, aller Achtung. Aber letztlich, du hast viel davon gesprochen, was Gott nicht ist. Er ist nicht beweisbar, nicht rational erschließbar, hast du gesagt. Er unterliegt nicht den Zwängen und so weiter. Und du möchtest auch eigentlich nicht darüber reden, was es heißt, dass man Gott in Jesus begegnen kann. Wäre das nicht möglich, dass das letztlich auch so eine Art Immunisierungsstrategie ist, dass du es dir selber im Grunde gar nicht so genau sagen willst, weil ich das dann ins Wanken brächte? Ja, also klar, möglich ist das. Du fragst ja, ob das möglich ist. Ja, ist möglich. Ich glaube nicht, dass es so ist. Der Grund, warum ich mich an dem einen oder anderen Punkt verweigere, ist der, ihr wollt eine Antwort haben, die ich nicht geben kann. Und zwar aus folgenden Gründen. Was ihr erwartet, ist eine Antwort, eine Begründung, die sich irgendwie empirisch-wissenschaftlich auslegen lässt. Und nochmal, ich gestehe nicht. Ich gestehe nicht ein, gestehe nicht zu. Ich gebe nicht zu, dass man Gott nicht beweisen kann, sondern ich bestehe darauf. Das ist Teil meines Glaubens. Und zwar ein wichtiger Teil meines Weltbilds. Und deswegen kann ich und will ich so eine Antwort auch gar nicht geben. Ich könnte jetzt einen Pfarrer zitieren, der mal bei einer Trauung interessante Bemerkung gemacht hat. Der sagt, wenn ich gefragt werde, warum ich glaube, dann sage ich zwei Gründe. A, meine Frau und B, Johann Sebastian Bach. Ihr werdet jetzt sofort kommen und mit irgendwelchen Hormonen und Glückshormonen. Und wenn es die Frau nicht wäre, dann wäre es eine andere. Aber das ist genau halt eben das, was er damit nicht gemeint hat. Und wenn ihr euch nicht darauf einlasst, was sowas wie Hermeneutik bedeutet, also Auslegung, Auslegung, Interpretation, in einer anderen Sichtweise, als dass man Daten interpretiert, dann werden wir für ewig aneinander vorbeireden. Und ich hoffe, dass wir das durch diese Diskussion hier auch demonstriert haben, dass man gegenteilige Positionen haben kann, wenn es um das Wesentliche geht oder das Überwesentliche. Wir wollen alle, dass wir wissenschaftsbasiert mit den Erkenntnissen, die wir aus der Welt herausziehen können, die richtige Entscheidung treffen. Und in diesem Zusammenhang haben wir jetzt mit Andreas Bayer diskutiert. Und ich danke allen Beteiligten. Und ich denke mal, uns ketzern ist nichts vorzuwerfen, dass wenn wir zwei Millionen Stunden Sendung produzieren über Atheismus, dass wir dann gerne, wenn wir mal einen Christ zu Besuch haben, gerne mit ihm über unsere atheistischen Positionen streiten wollen. Und ich hoffe, dass das zivil geblieben ist und alle noch glücklich nach Hause gehen können. Und ich danke allen dafür, dass wir diesen zweiten Teil produziert haben. Ja, dann danke ich auch nochmal für die Einladung, für die Möglichkeit. Es gibt noch eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Das, was wir jetzt letztendlich diskutiert haben, das ist natürlich eine Sache, die mich persönlich anbetrifft. Das heißt, das betrifft weder die AGEVO-Bio, das betrifft auch nicht mich als Wissenschaftler. Denn meine Weltanschauung, völlig egal welche das ist, hat aus der Wissenschaft rauszubleiben. Die Wissenschaft ist agnostisch, was Ontologie anbetrifft. Und ansonsten ist sie naturalistisch. Und das ist für die AGEVO-Bio natürlich auch der verbindende Teil. Ob ich jetzt Materialist bin oder nicht, ob ich gläubig bin oder nicht agnostiker, atheist, ich weiß es nicht was, völlig egal. Die Voraussetzung für das Betreiben von empirischer Wissenschaft, zumindest in dieser unserer Welt, in diesem unserem Universum, ist offensichtlich ein Naturalismus, der offensichtlich auch bestens funktioniert. Und das ist eine Voraussetzung, um bei uns mitzumachen. Und alles andere darüber hinaus, Weltanschauung, Politik ist und bleibt persönliche Angelegenheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017